du baust einfach mal kreuz und quer ab ja ich gucke dass ich irgendwie ein system rein finde ohne mich selber abzubauen quasi ja nicht dass ich alles um mich herum abbauen auf einmal habe ich hier noch einen schwebenden block wo ich drauf stehe es wäre dann nicht so schön die landen einfach überall nur nicht da wo ich stehe der nacht schon fast ein block ja ich bin schon genial ich wollte es nicht sagen aber ok oder was das ist hörte sie in der rote sie aus verbrennt sie erschießt sie vierteilt sie vergiftet sie hängt sie leichte hass anfall aber nur ganz leichter ich habe hier unten mal ausgeleuchtet warm den ich so viel spawnt geht mir nämlich auf den sack den ich nicht habe ich weiß auch nichts ich kriege einen krampf im finger wenn ich ganze schiff drücken muss um mich runter zu die hälfte die hälfte vom dach ist weg wie viele stecks hast du hat mal 36 blöcke was klar und ich habe aber auch alles aufgesammelt was hier lag ja jetzt kommt wieder ein bisschen holz ich muss um acht wieder aufstehen dann kannst du noch bis vier passt schon also ich werde persönlich auch gerade langsam ein bisschen müde aber ich möchte hier jetzt und gerne ausmachen wieso mojang jetzt hier mojang ist am laden das meine habe ich bieten alter dieses schwein oder was da steht das hat so ein behinderten gut an dass ich mich die ganze zeit frage auch wenn ich das weiß was ist das das ist keine telefonzelle das ist eine notrufzelle aus den 50ern oder sowas und das ist die tage von dr wu mit der kann ich durch die zeit reisen kann ich auch ohne nein dafür brauchst du eine tat ist nein ich steige einfach mein delirium passt schon der ist erst zurück in die zukunft ja den habe ich wenigstens geguckt scheiße ich bin voll der nerd kann das sein ein wenig das ist Quatsch das ist Quatsch das ist Quatsch Spiel Minecraft Spiel Minecraft Spiel Minecraft Spiel Minecraft Spiel Minecraft Spiel Magic Ähm ja Ja wir spielen Magic Magic Oh ok Bist du gerade gekommen? Ja ich bin gerade so ein bisschen, ja Oh ok Was warum? Da sind manchmal leute die Magic spielen Dein Ernst? Sag jetzt mal was. Magic Beste, Junge. Magic Beste. Ey, soll ich dir mal was sagen, Lukas? Hau raus. Hier ist ja gerade ein Creeper hochgegangen, ne? Ja. Hier ist direkt Bedrock. Was? Ja, hier ist direkt Bedrock. Das Witzige ist, meine Hacke ist kaputt und ich kann nichts mehr abbauen. LOL, das Bedrock. Hab ich doch gesagt. Äh, ja, du musst jetzt, genau. 5 Punkt. 1 Punkt. 2 8 Punkt. 1 3 9 Doppelpunkt. 2 5 5 6 5. Ich will alles haben. Minecraft ist aber da, ne? Was steht, ist der grün, bleiben rechts. Steht mal mit der Maus drüber. Was macht Bedrock so weit an der Oberfläche? Hm. Ja, klar, hab ich auch was neu gemacht. Okay, ich hab... Das ist jetzt alles, das ist jetzt alles leider zu Elft abgebaut. Äh, was machen wir jetzt am besten? Am besten sollten wir uns hier nicht wegbewegen, weil, guck mal auf die Karte. Okay. Ja. Ja. Das ist dann, glaub ich, keine gute Idee. Nein. Warten wir bis, dass es Tag wird? Ja. Ich kann in Ruhe aufessen. Warte, dann stell ich mich mal hier rein. Und esse. Das solltest du nicht tun, weil, da kommt nämlich etwas rum. Jo. Ist nicht passiert. Hast du dein Schmerz weggeschmissen? Hab ich. Hab ich. Geil. Dazu schmeiß ich das weg. Was ist denn jetzt los? Wie bescheuert. Oh, meine Damen und Herren. Du hast dich angehört wie ein besoffenes Dewey aus Family Guy. Ja. Jo. Ich gehe jetzt oben. Okay, hier werde ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen und alles abfahren. Aber, wenn da mit vernünftigem Equipment. Wow. Was? Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt am Wochenende wirklich mal mit vier, fünf, sechs Mann, wie viel wir auch zusammen kriegen, auf eine geile, große Höhlentour gehen? Ja, das wäre schön, aber Lukas hat Nachtschicht, hab ich eben gehört. Das ist richtig. Ja. Ja, gut, Nachtschicht heißt, hätte ich das den ganzen Tag. So. Oder? Lukas. Alter, scheiße. Sockst doch dann bestimmt morgens oder nachmittags, oder? Ja, wie gesagt, ich bin morgen erst mal um 15 Uhr in Dölken das Geburtstag, ich sage immer geburtstes Geschenk, das Weihnachtsgeschenk abgeben. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich dann da sitzen werde. Okay. Also, ich möchte für morgen nichts sagen, also nichts zusagen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wenn, dann schreiben wir ganz spontan in der Gruppe. Aber sonst, äh, bin ich Sonntag auf jeden Fall am Start. Das war jetzt nicht so ab. Also, ich bin dann so ab 14.15 Uhr bin schon online. Ja, haben wir das mal fest, so am Tag klären wir dann ab. Ja. Ich bin sowieso krankgeschrieben, also, ähm, äh, ja, ich glaube, ich brauche hier ein bisschen Hilfe. Ja, ich komm. Ich hab nämlich nur noch ein heiles Herz. Oh, nicht schon wieder. Fuck. Ja, mein, äh, Wochenende beginnt Montag. Also, schon Montag, dieser Mittwoch, Wochenende. Geil! Alter, komm, die ganzen Zombies, ja? Sag mal, ich buddeln. Nein, scheiße, ich buddeln. Lock dich aus. Minus 817. Ja, schatz, wirklich lock dich aus. Beste. Die Mariener, wirklich, oben. Und ich bin dann schon, hier seid mal alleine in dieser Arena. Ja, das ist wirklich schon die Arena. Selbst der Maulwurf hat sich gerade verabschiedet. Ich hab mein Holz. Ich hab mein Holz. Ich hab mein Holz. Oh, scherz. Ähm, aua. Wow, diese Spinne hat eine verdammte Sonnenbrille angehabt. So. Wow. Ich bin schon. Sag mal gut's Lechtle, ich bin fort. Ja, gut Nacht. Nein. Bis denn, äh. Jo, ciao. Ciao. Ja, toll, was mach ich denn jetzt? Also, drauf bin ich jetzt schon, Alter. Also, ich bin ehrlich. Es wird jetzt langsam hell. Ich würde wieder Richtung Heimat tendieren. Theoretisch. Und das ist jetzt.